Mein Name ist Manuela Erden, ich bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung bei der Stadt Pforzheim im Rathaus als Beamtin im mittleren Dienst. Mein Name ist Tim Fitzger, ich bin 16 Jahre alt und ich mache die Ausbildung bei der Stadt als Beamtin im mittleren Verwaltungsdienst. Bei der Stadt Pforzheim sind wir über 100 Azubis in ungefähr 30 Ausbildungsberufen. Im Rathaus zu arbeiten ist es nicht so wie der sich vorstellt, langweilig oder trocken, sondern man kann hier auch durchaus sehr viel Spaß haben und es ist immer abwechslungsreich. Das Spannende bei dem Beruf ist, dass man immer wieder was mit Bürgern zu tun hat und dadurch auch viele Abwechslungen hat. Neben den Beamten gibt es auch noch den Verwaltungsfachangestellten. Darunter liegt der Unterschied, dass das eine drei Jahre lang geht und der Beamte braucht nur zwei Jahre und ist direkt am Anfang verbeamtet worden. Die Ausbildung dauert zwei Jahre und der Blockunterricht ist in Karlsruhe. Das Arbeitsklima ist sehr gut. Man hat immer viele Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet und die auch gerne mit einem zusammenarbeiten wollen. Wenn ihr Lust auf die Ausbildung bekommen habt, dann bewerbt euch!